Wir müssten laut Luftaufklärung das mutmaßliche zielbereit sehen können. Okay, und jetzt kein Piep mehr. Funkverkehr bis auf weiteres einstellen. Hier, Yankee Lady, antworten Sie. Geben Sie Sicht zu erkennen. Hier spricht Basie, Yankee Lady. Und das! Perfekt! Heftiger Treffer! Wir verlieren an Höhe! Die Landebahn der verdammten Nazi-Basis! Scheiße! Sie nutzen unsere Bomber, um London auszulöschen! Was ist das? Tom, hilf mir! Sie haben etwas entwickelt, das Sie selbst als Wunderwaffe bezeichnen. Das auf uns verlegt werde sollen. Und wo hin? Das willst du nicht wissen. Okay, rück zu! Ich will den Amerikaner. Sie können den selben Weg nehmen, in den ich gekommen bin. Keine Überlebende. Robin! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020